Hallo miteinander, herzlich willkommen bei Bierklick TV. Mein Name ist Michael Edel und ich bin der Urheber dieser Seite. Ja, warum diese Seite? Ich selber arbeite bei der Dinkelacker Schwabenbräu, bei der wunderbaren Familienbrauerei und bin da sehr stolz drauf. Und ich weiß, da draußen, bei euch, gibt es ganz, ganz viele tolle, leckere Biere und auch richtig gute Gastronomieobjekte. Leute, das war mein Gedanke. In dieser schweren Zeit, wo alle irgendwo durch den Lockdown zu sind, die Brauereien mit Kurzarbeit behaftet sind, was kann man da tun? Ich möchte euch die einzelnen Gastronomieobjekte vorstellen und ein dazugehöriges Bier, was von diesen Wirtsleuten, von diesen Gastronomen ausgeschenkt wird. Ja, wir helfen einander. Helft mit, klickt meine Videos, teilt meine Videos und erfreut euch hoffentlich ab den lustigen Zwiegesprächen, die wir in der Gastronomie haben, über die Ideen, die die Gastronomen hatten, haben und für die Zukunft haben werden. Ich bin echt mal gespannt, was da alles dabei rauskommt. Ich möchte starten in Schramberg bei der Familie Weißer im Hotel Junghans, in der Villa Junghans. Und ich freue mich unheimlich drauf, ein nettes Gespräch mit dem Michael oder mit der Daniela zu führen. Und ich werde euch an diesem Tag mit diesem Video dann auch wieder mitteilen, welches das nächste Objekt sein wird, welches ich besuchen werde. Das Bier, das da auf den Tisch kommt, gibt es da in diesem Objekt. Und ich freue mich da natürlich auch drauf. Und ich bin mal kein Biersommelier oder sowas, aber ich mag halt Bier. Liebe Leute, bleibt gesund, trinkt genug und geht in die Gastronomie, wenn sie wieder offen ist, weil die brauchen es. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Michael. Tschüss.